Ein vollständig renoviertes Elfzimmermehrfamilienhaus steht hier zum Verkauf. Es befindet sich in Bedburg. Das im Jahr 1879 erbaute Haus verfügt über zwei Etagen. Es wird über eine Zentralheizung beheizt. Das Objekt verfügt über einen Keller und einen Parkplatz. Es hat sechs Schlafzimmer und drei Badezimmer. Die Ausstattung entspricht einem gehobenen Standard. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 498 Quadratmetern weist die Immobilie eine Wohnfläche von ca. 360 Quadratmetern auf. Das Gebäude steht für 418.000 Euro zum Verkauf. Wir freuen uns, näher zu informieren.